Wir gucken uns mal eine Jetten an. Das ist eine Jetten 41 AC. Bei Bootsurlaub.de hat die den Namen IWA 2. 41 also. Wofür steht die 41? 41 Fuß. Also das sind so ca. 12,50 Meter. Also ein ziemlich großes Boot. Und wir sehen auch, dass das ziemlich neu ist. Meine Crew checkt das gerade hier alles. Und man scheint offensichtlich ganz gut drauf Platz zu haben. Wenn wir uns hier den Steuerstand angucken, das ist alles sehr, sehr schick und ziemlich neu. Holzlenkrad sieht man auch nicht so oft, oder Kollegen? Wie ist hinten der Platz so? Gut. Aber wir gucken mal rein. Das ist ziemlich großes Schiff und sehr komfortabel. Es ist schon vorbereitet für die Vermietung. Man sieht es hier. Die Westen sind also bereit. Die Bettwäsche, Kugelschreiber und nach dem ersten Turn natürlich erst. Also hier sehr, sehr schick. Ich lasse mich selbst überraschen. Drei Flammen also. Was haben wir hier unten? Backofen oder sogar Mikrowelle. Das kriegst du mal raus. Wir gucken uns mal vorne hier an. Vorne ist eine schöne große, geräumige Kabine. Mikrowelle sogar. Guck an. So und das coole hier dran ist, dass man quasi die Tür zumachen kann und hat ganz privat den Zugang zu einer Toilette. Auch hier sieht man alles ganz schick und hochmodern. Und hier ist auf der anderen Seite eine Dusche. Mit dem Heizkörper dort auch was Besonderes. Ich hoffe, dass das Licht hier einigermaßen durchschaut. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Kunstlicht. Aber wahrscheinlich ist der Hauptschalter geil aus. Ja, wie sieht es hinten aus? Wo würden hier die Kinder schlafen? Da vorne. Da vorne. Da sind Steckdosen. Ja, Kinder. Haben Sie es gehört? Denken Sie daran. Kinder langweilen sich schnell. Dort sind Steckdosen. Es gibt nichts Schlimmeres an Bord eines Schiffes als Kinder, die keinen Akku mehr haben. Hier sind also die beiden Kabinen nebeneinander. Auch schick. Und hinten, auch beides getrennt, eine Dusche mit dem obligatorischen Staubsauger, mit dem Sie übrigens nicht duschen sollten. Und hier eine Toilette. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich schickes Schiff, oder? Dann muss ich mich nochmal nach oben, Junge. Wir gucken mal schnell. Also, die hat ja auch hinten diese zwei Treppen hier. Oder wie wir sie auch nennen. Ich frage mich manchmal, warum. Schlagt den Radtreppen. Und hier ist wirklich sehr viel Platz, wenn man hier vorbeigeht. Schöne Edelstahlreling. Genug Fender sind auch dran. Und hier. Schicker Edelstahlanker. Oh, nenne ich mal ein Schiff, würde ich sagen. Ah, das zeigen wir Ihnen noch. Denn hier drunter befindet sich eine Satellitenanlage für einen Fernsehempfang, wenn wir schon beim Thema Kinder sind. Und Kinder, ihr habt uns noch gar nicht den Fernseher gezeigt. Wo ist der denn eigentlich? Na, also vergleichbar mit den Schulz-Schiffen, mit der Schulz 40. Fernsehlift. Hält man es hier aus auf diesem Boot? Ja, auf jeden Fall. Genau. Allerdings habe ich auch eine sehr anspruchsvolle Crew. So, hier oben gucken wir nochmal so ein bisschen. Heizung wird also von hier bedient. Bug- und Heckstallruder, Standard. Oh, sehr schicke Ruderstandsanzeige. Ja, man sieht auch an den Instrumenten, dass das Boot wirklich nagelneu ist. So, ich glaube, hier kann man einen schicken Urlaub drauf haben. So, ich hoffe, wir sehen uns ja. So, wir sehen uns ja, die So, es gibt uns ja so' die Wirkung. So, Sie können uns da, die wir somitischen Urlaub haben nehmen. So, ich hoffe, wir sehen uns ja. Okay, schattzen wir uns ja. Oh, Mann, oder? So, ich hoffe, wir sehen uns ja. So, wir sehen uns ja. So, es hilft das, was wir sehen. So, wir sehen uns ja, wie wir sehen uns ja. Vielen Dank.